Das Evangelium von Markus ist ein biblisches Buch, das von Jesus Leben handelt. Die früheste verlässliche Quelle sagt uns, dass es von einem Mann namens Johannes Markus geschrieben wurde. Markus hat aber nicht einfach nur eine Sammlung von Geschichten über Jesus genommen und zusammen geworfen. Er hat das Buch so gestaltet, dass es ein paar sehr spezifische Fragen darüber aufgreift, ob Jesus der jüdische Messias war oder nicht. Lass uns hier kurz anhalten, denn das ist ein Begriff, der vielen Menschen, mich eingeschlossen, nicht geläufig ist. Der Messias war eine königliche Figur, die manchmal Gottes Sohn genannt wurde. Und Israel erwartete, dass diese Person kommen und ihr Königreich hier auf der Erde aufbauen wird. Zur Zeit von Jesus war Israel von Rom besetzt. Viele Juden hofften, dass der Messias kommen, die Römer stürzen und als König regieren würde. Aber Jesus stürzte die Römer nicht. Er wurde sogar von ihnen getötet. Das bringt uns zum wichtigsten Punkt, den Markus in diesem Buch versucht rüberzubringen. In der ersten Hälfte konzentriert er sich darauf, wer Jesus ist. Ist er wirklich der Messias? In der zweiten Hälfte beschreibt er, wie Jesus der messianische König wurde. Genau hier in der Mitte des Buchs erreicht die Geschichte einen Höhepunkt. Beide Hälften werden miteinander verbunden und Jesus beantwortet diese beiden Fragen. Lass uns über die erste Hälfte des Buchs sprechen. Wer Jesus ist. Markus macht schon in der ersten Zeile des Buchs sehr deutlich, was er über Jesus glaubt. So beginnt die gute Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Eine der nächsten Geschichten ist die von Jesus Taufe. Gottes Stimme verkündet aus dem Himmel, dies ist mein Sohn. Es könnte nicht deutlicher sein. Jesus wird als Messias vorgestellt. Ja, aber während du die erste Hälfte von Markus durchliest, stellst du fest, dass etwas ganz Interessantes passiert. Jesus heilt all diese unterschiedlichen Menschen und sagt ihnen immer wieder, dass sie nicht sagen sollen, wer er ist. Das passiert so oft im Markus-Evangelium und ist echt seltsam. Warum soll es geheim bleiben? Erinnere dich, viele Juden hatten unterschiedliche Erwartungen daran, wie der Messias sein und was er tun würde. Jesus wollte nicht, dass die Menschen missverstanden, was es für ihn bedeutete, dass er Israels Messias war. Vor diesem Hintergrund kommen wir nun zur zentralen Geschichte in der Mitte des Buchs. Darin nimmt Jesus seine Jünger zur Seite und fragt sie, für wen halten mich die Leute? Petrus antwortete, was alle sagten. Du bist der Messias, Gottes Sohn. Aber dann passiert etwas Neues. Jesus beginnt ihnen zu erklären, wie er der Messias der messianische König wird. Das ist nicht, was sie erwartet haben. Er sagt, dass er leiden und sterben wird und dass er regieren wird, indem er ein Knecht wird. In seinen Worten, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Petrus ist darüber bestürzt. Er ermahnt Jesus, denn er würde Jesus niemals sterben lassen. Und Jesus antwortet darauf, fort von mir, Satan, was echt heftig ist. Das ist es. Aber es zeigt auch, wie wichtig es Jesus ist, dass seine Jünger endlich verstehen, wer er wirklich ist. In diesem zentralen Abschnitt versucht Jesus drei verschiedene Male mit ihnen darüber zu reden. Jedes Mal reagieren sie mit Verwirrung und Angst. Das bringt uns zur zweiten Hälfte des Buchs, in der Markus sich auf die Frage konzentriert, wie Jesus der messianische König wird. Es ist die letzte Woche in Jesus' Leben. Er geht nach Jerusalem und gerät dort mit den religiösen Leitern aneinander. Und er wird verhaftet. Er wird vor Gericht gestellt als jemand, der von sich sagt, er sei der König der Juden. Er bekommt eine Krone und einen purpurnen Umhang wie ein König. Aber das ist ein grausamer Scherz. Er wird verspottet, geschlagen und ans Kreuz genagelt, wo er dann stirbt. Und in dieser grausamen Szene treffen wir eine neue Person. Einen römischen Soldaten, der plötzlich alles versteht, was da vor sich geht. Er sagt, ja, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Was echt verrückt ist. Es ist ein Feind, der als erstes zusammenfügt und erkennt, dass Israels messianischer König der gekreuzigte Jesus ist. Das ist also der Aufbau des Markus-Evangeliums. Aber es endet nicht mit dem Tod von Jesus am Kreuz. Nein, am dritten Tag kommen ein paar Frauen und wollen Jesus' Grab besuchen. Aber sie finden es verlassen vor. Und da steht dieser Engel und sagt ihnen, dass sie die gute Botschaft verkünden sollen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Stattdessen rennen sie weg und erzählen niemandem davon, weil sie Angst haben. Und so endet das Buch. Sehr abrupt. Ja, es ist so abrupt, dass spätere Schriftgelehrte das Ende verlängert haben, damit die Geschichte einen Abschluss hat. Du findest diese Geschichte mit einer Fußnote in deiner Bibel. Darin steht, dass sie viel später hinzugefügt wurde. Aber Markus ist ein brillanter Geschichtenerzähler. Er hat das Buch absichtlich abrupt beendet. Durch das ganze Buch waren die Jünger verwirrt von Jesus' Plan, sein Leben zu geben. Die Geschichte in der Mitte und genau hier am Ende. Es ist, als würde Markus anerkennen, wie erschütternd diese Aussage ist. Er will dich, den Leser dazu bringen, dich da selbst durchzuringen. Ist der gekreuzigte Jesus wirklich der Messias, auf den sie gewartet haben?